Moin Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zum TFF-Test und heute haben wir hier am Start die Double Strike. Die haben wir beim Aldi Süd gekauft für 3,99€ und da sind 10 Stück drin, soweit ich weiß. Viermal haben wir Silberfeuertopf, rot und grüne weiße Sterne. Wir haben dreimal Silberfeuertopf Gold, Weide und Blinkweiß und dreimal Silberfeuertopf Knatter. Sind wir mal gespannt drauf. Viel Spaß beim Test. So Freunde, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit den Weißen an. Schon vergessen, was das für ein Effekt war, aber... Ja, gar nicht schlecht. Jetzt gibt es noch zwei auf einmal. Oder auch nicht. Also bisher schon mal sehr geil. Schöne Alternative zum Flashbang. Für die Nacht auch umso geiler. Und dann die blauen, Double Strike Blue. Uh. Sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Also blau sind sie ja nicht, aber echt nicht schlecht. So, dann die gelben. Und der gründende Abschluss. Die gelben, also das müsste der Zerleger sein, von der Renault, also von der Arthus. Sehr schön Leute, für 3,99 Euro kann man sich die echt mal mitnehmen. Zehn Stück, abwechslungsreich und echt mal was anderes. Schöne Singleshots im Discounter. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Haut rein Leute, lasst uns ein Like da und einen Kommentar. Bis zum nächsten Video. Richtig geiler Scheiß. Es eskaliert. Auf jeden Fall.